Hast du mich in New York betrogen? Moment, jetzt mal ganz mal vorne. Es ist so, dass ich dort diesen Film machen kann. Und dass ich mich einfach in New York wahnsinnig wohl gefühlt habe. Ich weiß nicht, ich brauch das irgendwie jetzt nochmal. Ich weiß nicht, ich muss mich einfach nicht toxisch abgeben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020